Meine Kugel auf der Opreise ist ja was, wo man draufhauen kann. Wir sind alle, die, wo man draufhauen kann. Der Tritt funktioniert doch nicht. Schüttelt man die Rahmströme, fällt da einer hübsch der Dreck von der Netzbahnsteilung runter. Genau. Oder man kann sich Wind zubäckern. Ich glaube, das geht auch ganz gut. Ich glaube, es geht auch nicht mit den Schrauben. Schüttelt man die Shrine von Kugel. Das war's. 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 Das war's.